Hey! Na? Gott, es ist so schön, dass du wieder lächelst. Gott sei Dank ist Nathan wieder da. Das hätte ich ohne dich niemals geschafft, Quinn. Ich danke dir vielmals. Du bist meine Schwester Hayley, was denkst du denn? Ja. Ja, wo wir gerade dabei sind. Du hast mir noch gar nichts von Lauren erzählt. Wie ist er so? Er ist sechs Jahre alt und er ist einfach bezaubernd. Er muss erst mal verkraften, dass Clay sein Vater ist, aber... Das wird schon. Na ja, er scheint ein schlauer Junge zu sein. Gib ihm Zeit. Es ist bestimmt nicht leicht, ohne Vater aufzuwachsen, weißt du? Hey. 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 Herzlichen Glückwunsch, Dad. Danke.